Was geht ab? Ich bin noch frei! Okay, okay, wird das zu cringe. Sorry, zu cringe. Wir dürfen das nicht mehr, weil es zu cringe ist. Leute, live hier den Tornado. Nein! Das klingt in seine Nase. Du hättest einen Elbogen hier dagegen. Nochmal? Nochmal? Lass mich da riechen. Ich bin fast gelähmt. Die sagt nochmal. Mach doch keinen Tornado mit dem Nase. Ich kann sowieso nicht mehr sagen. Ich geh weg. So, Freunde. Musst ich mich kurz umziehen. Wenn ihr wollt, dass ich sie zurück pränke. Mitten im Video, lasst schon mal ein Like. Dann schreibt mir auf Instagram privat, was ich machen soll. Du sitzt verkackt, Safi. Wir haben die Prank-Session eröffnet. Es wird sowieso nichts von dir kommen. Leute, es liegt an euch. Supportet dieses Video. Wenn ihr seht, das Video geht ab. Und wenn es sein muss, dass ich deine Brille zertrümmere. Vor allem. Mir egal. Was wir heute machen, ist, wir machen heute den legendären IQ-Test. Wisst ihr, was IQ überhaupt ist, bevor wir den Test machen? Ja, komm, mach. Komm zum Punkt. IQ. IQ. Was ist IQ? IQ ist IQ, ne? Okay. Und du? Was ist IQ? Das Stellenwert eines Wissens. Was? Was? Doch, das war voll gut erklärt. Ich dachte, Einstein ist mein Chouja, oder? Die erste Frage in den ganzen Fragen-Sortiment, die ich gerade hier vorbereitet habe, ist... Es kommt kurz... Äh... Diese spannende Musik von Wer wird Millionär? Okay. Wie viele Asiaten gibt es weltweit? Wie viele Asiaten? Wie viele Asiaten? Du meinst allgemein Asiaten? Asiaten weltweit! Man hat die... Es gab einen, der hat keine Hobbys gehabt und hat die gezählt. Ja? Und als er beim letzten angekommen ist, ist er gestolpert gegen Stein, Kopf, tot. Ah, okay. Hat nichts erlebt in seinem Leben. Und wer es nicht weiß, kann Prozente drauf schreiben. Also wie viel Prozent der Welt aus Asiaten besteht. Okay, ja, okay. Kommt langsam zum Punkt des IQ-Tests. Wie viele Asiaten gibt es weltweit? In Zahl und in Prozentual. Und... Gleich kaufe ich mir eine Wahl. Ich weiß es nicht. Ich hab's. Okay. Warte, nein. Schreib mal. Zehn. Neun. Warte! Sechs. Acht. Drei. Vier. Neun. Elf. Siebzehn. Warte mal. Ich war schon lang nicht mehr in der Schule. Ich war schon lang. Ich wollte grad von zehn auf eins runter zählen. Ich war bei vier und dann wieder bei elf. Irgendwas ist da schiefgelaufen grad mit dem Gehirn. Aber ich krieg's wieder hin. Zehn. Ich bewerte dich seit fünf Jahren, ne? Ja, ja, ja. Alles gut, alles gut. Acht. Vier. Okay. Sieben. Was schaust du? Ich hab schon nichts geschrieben heute. Los! Vierunddreißig. Okay. Zwei. Drei. Okay. Ich hab in Prozent dreiundzwanzig Prozent. Und in ... Ich weiß nicht. Und in ... Wie viele es gibt? 1,2 Millionen. 1,2 Millionen? Hahaha. Weißt du, wie ich gedacht habe? Ich sag nicht, wie ich gedacht habe. Stopp, stopp. Warte, warte. Stopp, stopp. Sir. Warte, ich sag nicht, wie ich gedacht habe. Lass ihn reden. Okay, ich sag euch, wie ich gedacht habe. Okay, wie du dacht ... Weil, weißt du? Die sind Ausländer alle. Die haben einen Baumstamm. Und der Baumstamm hat ... Und der Baumstamm hat ... Und der Baumstamm ist nicht immer asiatisch. Oh, okay. Okay, du? Wie viel hast du? Einen peinlichen. Einnichtiger. Wie viel hast du Millionen? 1 Million. 1 Million. Wie viel? 1 Million. Es leben 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Und 25 Prozent, oder wie viel du gesagt hast, sind ... 3 Millionen. Okay. Ey, ey. Was? Ich dachte einfach ... Ey, ey. Ich dachte einfach 8 Millionen Menschen nehmen. Ich dachte einfach ... Ich dachte einfach ... Ich hab 3,5 Milliarden Menschen. Okay. Vor allem schon China. Der erste Punkt ... Der erste Punkt geht ganz klar an Bismarck. Wie viel? Es sind 60 Prozent der Weltbevölkerung asiatisch. Hä? Wieso? 60 Prozent. Das kann nicht sein. Und ... 4 Milliarden Asiaten gibt es weltweit. Das kann nicht sein. Doch. 4 Milliarden. Schau, wie gut ich gespielt habe. Kann ich noch zu 1? Zweiler, erster Punkt. Hä? Aber so eine Milliarde von 8 Milliarden? Mach so. Mach so. Los. Aua. So, der erste Punkt geht am Smeller. Zweite Runde. Wie viele Autos tanken an einer Tankstelle? Täglich. An einer? An einer Tankstelle. Wie viele Autos kommen da an und tanken? Einer. Ähm ... Täglich. Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Günter Czauch Musik. Ich denke nicht so viele. Denk so. Denk nicht schlau, Digga. Denk leise, Bruder. Dein Denken macht jemanden dumm. Denk so ... 198. Okay. Verwirrt. Drei, zwei, eins, dreht die ... Warte. Dreht die Ergebnisse um? 120. 200. Am Tag. So. Wir haben wieder einen Gewinner. Wenn wir von Erlangen reden, Digga, dann zählen. Dann vier Autos. Nicht mal Fahrrad tanken. Schau mal. Ja. Es tanken täglich an einer Tankstelle ... Ja. Jetzt kommt eine 1.200. 500 Autos. Und das heißt ... Mala hat 2.0. Es kann nicht sein, dass sie gewinnt hat. Die Tankstelle hat 24 Stunden offen. Den ganzen Tag. Ja, ist mir schon klar, ne? Das kann ich sein, ich werde auch gewinnen. Oha, Digga. Ich wüsste mich kratzen. Okay, los. Halt, ich sag doch, du bist dumm. Okay. Wir haben ja, äh, gerade das Thema Corona, ne? Und so weiter. Nee, ich wüsste ich nicht. 2 Jahre. Also, wer jetzt ... Immer noch nicht schab auf. Wer jetzt noch nicht mitbekommt, dass Corona gibt ... Sogar Höhen, Mensch. Uh, ah, ah. Maske. Ah, ah. Uh, ah, ah. Das ist Maske. So, ähm, wie viele bestätigte Infektionen gab's bis jetzt? Was meinst du? Aha. Was meinst du? Bestätigte Corona-Infektionen. Fälle meinst du? Von ... Nein, nein. Bestätigte Infektionen. Okay. Die, die Corona hatten. Wie viele gab's von Anfang bis jetzt? Also, gestern war Aktualisierung. Es, weil es, es, es haben, es können ja Menschen öfters haben. Deswegen. Deswegen. Nein, bestätigte Infektionen. Also, ja, okay. Ja. Nein. Nein. Wie viele gab's jetzt pro Mensch? Also einmal. Nicht zehnmal. Nein. Nein, nein. Es wird doch immer mit neu, äh, angesch... Okay, du Herr Doktor Wissenschaftler für Corona-Infektionen Zeit. Warte kurz. Ah, fuck. Ich hab vergessen. Günter hat auch Musik. Hm. Hm. Wie viele Infektionen. Ich hab meine Hand tot. Hm, ich weiß nicht. Hm. Hm. Was machst du? Zeichensprache. Hm. Ich weiß nicht. Hm. 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 Hast du? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warte. Ich weiß nicht, ob ich es übertrieben habe. Das ist eine gute Frage. Bleib schön auf deiner Seite. Ich habe gesagt, bleib auf deiner Seite. Das gilt für beide. Ich habe meine Antwort. Ohne Spaß. Die Zeit, die ihr gerade verschwendet habt. Es gibt neue Infektionen. Das wurde gerade aktualisiert. Okay, in 3, 2, 1. Umdrehen bitte. Milliarden. 2,5 Milliarden. Leute hatten Corona. Ja, also nur krank an Corona. Ich habe 800 Millionen. 2,5 Millionen. Sogar die Delfine. Die Goldfische. Maske schon wieder. Gar kein Bock. Du hast gesagt von Tag 1. Und da sind so viele weltweit erkannt. Bis jetzt. Die Lösung ist. Es sind bis jetzt. 268 Millionen. Bestätigte. Infektionen. Ja, das heißt. Das heißt. Die Delfine. Die Delfine. Die Delfine. Der hat es leider nicht. Ich habe nicht. Zu Glück. 2 vor 5 Milliarden. Toi, toi an die ganzen Delfine, die das Video sehen. Digga. Es geht raus. Bleibt im Wasser. Hälfte. Digga. Ein Viertel der Menschheit. Digga. Chill, man. Ach so, wie die Welt übertreiben. Chill. Okay. 2,1. Erster Punkt für Adel. Jawohl. Achso. Erster Punkt für Adel.